Willkommen zurück zu 100% Komplettlösung zu Hogwarts Legacy. Mein Name ist Coex und in dieser Folge werden wir Poppys Questreihe komplett beenden. Bekommen dafür die Errungenschaft Tierisch Gute Freunde. Außerdem werden wir die Aufträge Es steht in den Sternen ein Schnatzer in der Hand Poppy Blüht Auf beenden. Und wir werden die restlichen Flohflammen einsammeln, die uns noch fehlen und kriegen dafür eine weitere Errungenschaft, eine weitere Trophäe, nennt sich Flodernde Flammen. Wir beginnen mit dem Auftrag. Ich habe das Ganze schon markiert. Schauen wir uns das Ganze mal auf der Karte an und porten uns zu Flohflammen in der Nähe, zu Jackdaws Grab. Ja, wenn ihr diesen Folgeauftrag noch nicht bekommen habt, Leute, aus der letzten Folge, denkt dran, geht einmal auf die Karte, geht einmal auf Warten, dann habt ihr die ziemlich sicher. Und das geschah, nachdem du den Mondstein platziert hattest. Weißt du warum oder was es bedeutet? Hat es mit den Schnatzern zu tun? Das Wissen einer Person kann weit sein wie die See, doch seiner Tiefe sind Grenzen gesetzt. Schön, dich wiederzusehen, Doran. Hat Poppy dir schon alles erzählt? Das hat sie. Und ich bin froh, dass ihr beide sicher zurückgekehrt seid. Ich zweifelte an der Weisheit, euch auf einen Weg zu schicken, der bestenfalls unbekannt und schlimmstenfalls tödlich war. Aber der Weitblick der Zentauren ist weder persönlich noch einseitig. Der Himmel sagt uns, was kommen wird. Und oft verstehen wir nicht, was wir gesehen haben, bis es eingetreten ist. Du wusstest, dass die Wilderer Poppy und mich töten wollten? Ich kannte meine jungen Freunde noch nicht. Allerdings war ich auch nicht überrascht. Es war ganz so, wie ich unser erstes Treffen erwartet habe. Könnten wir vielleicht ganz von vorne anfangen? Das würde Poppy und mir sehr helfen. Ja, natürlich. Ich finde, das ist oft der beste Einstiegspunkt, nicht wahr? Vor vielen, vielen Monaten sah ich gewisse Ereignisse voraus, die ich lange nicht zuordnen konnte. Bis ihr mir von den Schnatzern und den Wilderen erzählt habt. Ich glaube, das Symbol, das durch den Tanz der Mondkälber entsteht, markiert den Ort, an dem die Schnatzer versteckt sind. Wie es der Zufall will, kenne ich diesen Ort. Bitte fahre fort. Ich habe dieses Symbol bisher nur einmal gesehen. An einer Felswand der Steilhänge im Wald. Dann ist Eile geboten. Die Schnatzer, die dort versteckt gehalten werden, sind vielleicht nicht mehr sicher. Wenn du mit diesem Ort recht hast, sollten wir uns auf den Weg machen. Wir sehen uns dort. Wir dürfen die Schnatzer nicht noch einmal verlieren. Okay, Leute. Ja, wir müssen das Ganze triggern. Wir gehen einmal auf die Karte, gehen auf Warten. Gehen noch einmal auf die Karte und noch ein zweites Mal auf Warten. Das kann manchmal ein bisschen dauern. Jetzt seht ihr aber, wir haben eine Aktualisierung bekommen. Gehen in unsere Aufträge. Sehen jetzt den Auftrag. Ein Schnatzer in der Hand. Lassen uns das Ganze auf der Karte anzeigen. Und porten uns dann in die Nähe zur Flohflamme Brockborough. Brockborough. Rivelio. Einfach unglaublich. Ich bin so schnell gekommen, wie ich konnte. Siehst du das Symbol über dem Eingang? Die Mondkälber am Steinkreis haben das Gleiche gemacht. Natürlich deutete Doran das an, aber es da zu sehen... Könnten die Schnatzer wirklich hier versteckt sein? Finden wir es raus. Doran wartet weiter vorne auf uns. Dann lass uns gehen. Kannst du das fassen? Echte Schnatzer! Ich bin froh, dass wir den Wilderern wohl einen Schritt voraus sind. Etwas seltsam, dass wir nichts von ihm gehört haben. Mit etwas Glück hängen sie noch immer über Omas Forschung. Sie hat eine ganze Menge. Und wir haben Doran auf unserer Seite. Rivelio. Wenn die Wildere auf diesen Ort stoßen, sind wir bis dahin längst weg? Ich grüße euch. Ich hoffe, du wartest noch nicht lange, Doran. Keineswegs. Andererseits bin ich nicht der, der euch erwartet. Habt ihr den Mondstein mitgebracht? Gewiss. Gut. Er ist so wichtig für das, was jetzt geschieht. Ebenso wie ihr beide. Und was geschieht jetzt? Was sind diese Säulen hier? Vermutlich eine Schutzmaßnahme. Es gibt nur einen Weg, es herauszufinden. Und was die Lösung dieses Problems betrifft, wisst ihr beide es wohl am besten. Okay Leute, wir haben mal wieder ein kleines Rätsel. Erstmal platzieren wir hier den Mondstein. Und dann seht ihr hier auf dieser Tür zwei markierte Symbole. Wichtig ist die Unterscheidung. Ihr seht gerade dieses rechte Symbol sieht ähnlich aus wie ein anderes Symbol. Unterschied ist hier allerdings, dass in der Mitte vom Kreis noch so ein Punkt ist. Und bei dem anderen Symbol nicht. Auf jeden Fall müssen wir diese zwei Symbole aktivieren. Und das machen wir hier. Und wir machen das Ganze mit Licht, wie ihr sehen könnt. Das heißt, wir suchen erstmal das, ich sag mal, problematischste Symbol, was so ähnlich aussieht. Das ist das hier. Ja, das wollen wir einmal zum Leuchten bringen. Und die einfachste Variante ist einfach so eine dieser Säulen, die eben dieses Licht dann gegenüber hinschmeißen. Dass wir das einfach gegenüber hinsetzen. Das heißt, wir gehen gegenüber an diese Position und nehmen jetzt diese Säule. Lassen das hier los. Und ihr seht, jetzt wird es markiert. Das Licht scheint jetzt von dort auf das Symbol. Und damit haben wir das schon aktiviert. Jetzt suchen wir das andere Symbol. Das ist das hier. Das ist genau an dieser Position. Und machen das Gleiche. Gegenüber gehen wir einfach hier mal hin. Dann sind wir gegenüber. Und jetzt nehmen wir die zweite Säule und ziehen die genau an diesen Punkt. Und jetzt müsste auch das Symbol markiert sein, oder? Dann haben wir es ein bisschen zu weit gezogen. Wahrscheinlich einen kleinen Blick zu weit. So, jetzt ist es markiert. Und das Tor öffnet sich. Und ich nehme an, wir alle wissen, was dahinter liegt. Und jetzt muss ich euch verlassen, fürchte ich. Vorerst jedenfalls. Du kommst nicht mit rein? Wenn die Schnatzer hier sind, wird die Herde sich selbst von der Wahrheit überzeugen wollen. Vor allem Alec. Geht ohne mich. Ich werde zurückkehren, sobald ich... Okay, betreten wir das Ganze. Ich hoffe, jetzt können wir auch einen Kampf machen. Ansonsten müssen wir nochmal die Spinnen kurz bekämpfen. Ja, und wir müssen erst die Spinnen bekämpfen. Machen wir das schnell. Okay, dann betreten wir den Dungeon. Ja, gehen wir erstmal geradeaus. Nimm die Truhe da hinten mit. So, hier müssen wir das Ganze nur entzünden. Dann kriegen wir eine weitere Truhe. Rivalium. So, dann haben wir uns erstmal den ganzen Loot geschnappt. Ihr seht oben eine ganz wichtige Truhe. Seht ihr auch auf der Minimap markiert. Das holen wir uns jetzt. Ziehen einfach die Kiste hier runter. Jetzt brauchen wir noch Livioso. Habe ich gerade nicht ausgewählt. Packen wir uns das Ganze hier einfach mal hin. Lassen wir das Ganze schweben. Und dann können wir oben drauf springen. Und wie gesagt, dann nehmen wir diese sehr, sehr wichtige Truhe für unsere Sammlung mit. Und weiter geht's. Bombardier! Ja, hier wollen wir das Ganze erstmal entzünden. Lass wir hier auch vernünftig weiterkommen. Dann haben wir hier eine weitere Truhe, die wir looten können. So, unser Ziel ist es natürlich, da nach oben zu kommen. Ähm, wir brauchen diese, ja, Steine. Müssen die wieder auf diese Symbole hier packen. Lassen wir uns erstmal diesen. Ja, ihr seht schon, dass er so, ja, leicht, eurig leuchtet. Das heißt, er muss hier hin und muss auch entzündet werden mit einem, äh, Feuerzauber. Und ich benutze dafür einfach ein Sendium. Und hier brauchen wir noch einen zweiten Stein, den wir dann mit Glatius bearbeiten. Ne, das heißt, wir gehen jetzt hier erstmal nach oben. Oben gibt's noch, ja, ganz wenig Loot, den wir mitnehmen können. Das ist nicht so wichtig, aber... Schnappen wir uns das Ganze einfach. Dann schnappen wir uns die Kiste. Denen gegenüber einfach nach oben. Knappen wir uns den zweiten Stein. Einmal hier draufsetzen, dann wie gesagt mit Glatius bearbeiten. Und dann gehen hier auch schon die Tore auf. Und wir haben einen kleinen Kampf vor uns. Und dann gehen wir uns die Kiste. Zauberstäbe bereit. Sollen wir beenden, was wir bekommen? Wißt du etwa noch mehr? Achio. Insel! Was hast du getan?! Hä? Hä? Extolfeung! Lazio! Dependo! Cretio! Imperium! Ich kaufe zu, wie das so, was deine Augen verschwindet! Insel! Lazio! Dependo! Ich glaube, das waren alle. Seid ihr unverletzt? Ich wollte zurückkehren, bevor es zu spät ist. Uns geht's gut, aber wirst du nicht rechtzeitig gekommen. Ich habe sie hergeführt, Doran. Ich bin froh, das gesehen zu haben. Jetzt glaube ich, was Doran mir sagte. Sie sind es, die ich sah, Alec. Beende deine Arbeit hier, Bruder. Noch nicht alles, was du vorher gesehen hast, ist geschehen. So, wir schnappen uns noch den ganzen Loot von dem Kampf. Schauen wir mal, haben wir alles. Über diese kleinen Säckchen. Wie gesagt, Leute, müsst ihr nicht unbedingt einsammeln. Ja, brauchen wir nicht. Wir haben auch kein Problem mit Galeonen oder so. Also, das ist nichts Wichtiges für unseren Fortschritt jetzt, sage ich mal. Aber wenn ihr da mal was verpasst, ist das wirklich kein Problem. So, dann müssten wir eigentlich alles eingesammelt haben erstmal. Sonst gibt es ja nichts Wichtiges. Wir öffnen das nächste Tor. Sonst gibt es ja nichts Wichtiges. Da sind sie. Jetzt müssen wir nur noch den Zauber brechen. Und ihr wollt, dass wir... Ich wollte immer nur, dass sie sicher sind. Und das sind sie. Du solltest das tun. Bei Merlin, wie wunderbar. Nur wohin mit ihnen? Sie brauchen noch Hilfe. Und sobald jemand von ihrer Rücke erfährt... Ihnen wird nichts geschehen. Die Zentauren sorgen dafür. Das schwöre ich. Danke, Dorin, für deine Hilfe bei der Suche und deinen Einsatz. Die Ehre gebührt ganz allein dir, Kind. Die Wilderer hätten das nie getan. Vergiss das nie. Ihr habt heute mutig gekämpft. Erlaubt uns, ab hier zu übernehmen. Wenn es dir nichts ausmacht, Dorin... ...würde ich gern bleiben und noch etwas Zeit mit den Schnatzern verbringen. Okay, Leute. Dann haben wir den Auftrag, ein Schnatzer in der Hand auch... ...abgeschlossen. Ja, das Problem ist, wir sind in einem Dungeon. Wir müssen wieder rauslaufen. Wir können uns leider nicht raus teleportieren. So, draußen angekommen. Gehen wir einmal auf die Karte und gehen nochmal auf Warten, um die Folge-Quest zu triggern. Ja, dort gleich funktioniert. Wie gesagt, wenn es beim ersten Mal nicht funktioniert, Leute, macht es nochmal zwei, dreimal. Dann sollte es auf jeden Fall funktionieren. Wir gehen in unsere Aufträge und sehen jetzt den neuen Auftrag. Poppy blüht auf. Lassen uns das Ganze auf der Karte anzeigen. Und teleportieren uns dort einmal hin zur großen Halle. Und dann werden wir hier nochmal jetzt mit Poppy sprechen. Ja. Ja. Ah, genau. Dich wollte ich sehen. Dorin hat dich also endlich überzeugt, die Schnatzer zurückzulassen. Wenn jemand sie vor den Wilderern beschützen kann, dann die Zintauren. Und ich wollte dir danken. Als die Wildere uns angriffen, war ich... Es war schön, nicht allein kämpfen zu müssen. Natürlich. So etwas tun Freunde doch füreinander, oder? Das stimmt wohl. Gut, dass du nach Hogwarts gekommen bist. Es ist jetzt schon mein bestes Jahr. Ich will natürlich keine zweite Hornschwanzhalle, aber die drei Besen haben mir gefallen. Ich wusste gar nicht, wie hübsch es dort ist. Was? Du warst noch nie in den drei Besen? Ich hab früher viel Zeit mit Wolkenschwinge verbracht. Und wer weiß, was Sirona davon hält, wenn ein Hippogreif auf ein Butterbier vorbeischaut. Wolkenschwinge ist die einzige, mit der ich hingehen würde. Oder Oma? Da spricht nichts dagegen. Wolkenschwinge ist toll. Das ist sie. Aber ich komme langsam auf den Geschmack menschlicher Freunde. Es war schön, über meine Eltern und Oma zu sprechen. Und Wolkenschwinge zu teilen. Es war mir eine Freude, Poppy. Halt dich aus Ärger raus. Ich weiß nicht, ob ich das kann. Wir haben uns schon zweimal mit Wilderern angelegt. Durch dich komme ich langsam auf den Geschmack. Und mit den Zentauren als Verbündete könnte ich sogar nach Ärger suchen. Okay, Leute. Jetzt haben wir die Trophäe bekommen. Tierisch gute Freunde. Und haben die ganze Questreihe um Poppy abgeschlossen. Was wir jetzt noch machen wollen in dieser Folge, wir holen uns die restlichen Flohflammen, die uns noch fehlen. Ich gehe mal auf die Karte. Und wir schauen mal, was uns in Hockbus vor allem noch fehlt. Fangen wir mal hier oben an. Im Südflügel haben wir alles. Ihr seht ja immer, wenn die so, genau, wie hier so grau hinterlegt sind oder farblos sind, dann fehlen sie uns noch. Hier sind nochmal zwei. Hier haben wir unten noch das Bootshaus. Dann haben wir hier auf der rechten Seite alles. Was ist bei dem Flügel? Hier fehlt uns auch noch eins. Der Westturm. Und hier haben wir auch alles. Das heißt, wir fangen einfach mal hier an im Flügel des Glockenturms und markieren den Westturm. Und dann porte ich mich jetzt einfach mal hier zum Rasen der Flugstunde. Wenn wir dann alle haben, werde ich euch auch nochmal eine Gesamtübersicht geben. Ja, es gibt insgesamt 83 Flohflammen. Aber jetzt sammeln wir die wenigen uns noch fehlenden erstmal ein. Dann haben wir hier den Westturm auch schon eingesammelt. Gehen wieder auf die Karte. Gehen hier auf der linken Seite zur großen Treppe. Markieren das Ganze mal. Dann sehen wir hier Ravenclaw, Turm und Collikhof. Was uns noch fehlt. Ich markiere erstmal den Collikhof. Wir porten uns hier einfach zur unteren großen Treppe. Ja, von den insgesamt 83 Flohflammen in Hogwarts. Nicht in Hogwarts, auf der ganzen Karte, sag ich mal. Also auf der Weltkarte, Hogsmeade und Hogwarts. Wir finden sich allein 33 in Hogwarts. Also sollten euch später welche fehlen, gebe ich euch auch nochmal die Zahlen dazu. Wo welche Flohflammen zu finden sind, beziehungsweise wie viele ihr dort haben müsst. Aber jetzt, wie gesagt, sammeln wir erstmal die uns noch fehlenden ein. So viele sind es nicht. Ja, dann haben wir auch später den Vorteil, dass wir für andere Aufgaben noch, ja, uns wirklich zu jeder Flohflamme in die Nähe gleich porten können. Und nicht mehr so weite, ja, Laufwege haben. Hier haben wir jetzt den nächsten Collikhof eingesammelt. Gehen wir wieder auf die Karte. Ja, auch hier wieder zur großen Treppe. Dann haben wir hier noch den Ravenclaw-Turm. Markiere das Ganze einmal. Und ja, dann laufen wir auch dorthin. Ja, wenn man da mal so überlegt, wie wenig Zeit man in diesem Spiel leider, wie ich finde zumindest leider, in diesem Schloss verbringt. Das ist sehr schade. Wir waren am Anfang mal im Schloss. Ansonsten waren wir ja fast nur draußen. Es kommen zwar noch ein paar Folgen, Leute, zu den ganzen Rätseln und Handbruchsseiten natürlich in Hogwarts. Aber insgesamt finde ich doch, ist ein bisschen schade, wie wenig Zeit man im Schloss verbringt. Und auch in den Gemeinschaftsräumen. Also die Häuser sind ja komplett irrelevant eigentlich. Dass wir dort überhaupt mal Zeit verbringen, gab es ja eigentlich nicht. So, Ravenclaw-Turm-Flohflamme haben wir auch eingesammelt. Dann müsste uns eigentlich nur noch die eine beim Bootshaus fehlen. Das ist hier die große Halle. Und da seht ihr hier auch auf der linken Seite immer schön, das Bootshaus ist auch nicht grün hinterlegt. Von der fehlt es uns noch. Das ist hier unten. Wo wir später dann auch nochmal einen Auftrag erledigen werden. Und nun zur Flohflamme via Dukthof. Ja, schade, dass die Häuser nicht so einen großen Einfluss haben, wie ich finde zumindest. Wir haben ja nur jeweils eine hauseigene Aufgabe eigentlich immer. Ja, bei Gryffindor war das jetzt zum Beispiel das mit dem fast kopflosen Nick. Ja, relativ am Anfang. Ansonsten macht es ja überhaupt keinen Unterschied, welches Haus wir wählen. Und wir verbringen leider auch, ja, überhaupt keine Zeit wirklich im Gemeinschaftsraum oder so. Wie gesagt, das Schloss wird allgemein sehr wenig genutzt. Was ja irgendwie doch sehr schade ist. Zumindest wenn man so ein größerer Harry-Potter-Fan ist, ne, von dem Universum. Ich denke, so einen großen Auftrag, so aller Kammer des Schreckens oder so, wäre auch cool gewesen, wenn man sowas gehabt hätte im Schloss. Aber, ja, wir haben halt leider nur so ein paar Rätsel und Handbuchseiten. Viel mehr gibt es da leider nicht. So, dann haben wir jetzt hier auch die letzte Flohflamme am Bootshaus bekommen. Und haben jetzt die Errungenschaft bekommen. Flohdernde Flammen. Wenn euch noch etwas fehlt, Leute, wenn ihr die Errungenschaft nicht bekommen habt, zeige ich euch jetzt nochmal die Karte, wie gesagt. Ja, wir gehen einmal auf die Weltkarte. Es gibt drei Spots insgesamt. Es gibt einmal Hogsmeade. Das ist sehr einfach. Hier gibt es insgesamt drei Flohflammen, die ihr haben müsst. Mehr gibt es hier nicht. Fertig. Ja, dann gehen wir wieder auf Hogwarts. Und ich hatte ja schon gesagt, hier gibt es insgesamt 33. Fängt hier oben an, bei diesen Geheimräumen. Ja, da habt ihr Kartenkammer, Raum der Wünsche. Und dann geht ihr eben die ganzen Flügel einfach mal ab. Und ihr könnt auch, ihr könnt es hier euch anschauen. Ihr könnt es aber, es ist vielleicht ein bisschen sicherer, auf der linken Seite hier in der Liste mal anschauen. Ja, wie viele ihr habt. Und wenn ihr das mal zusammenzählt, von dem Flügel, von dem Flügel. Und alles muss auch grün sein, damit ihr es auch wirklich entdeckt habt. Ja. Hier, wo eben noch das Bootshaus, was man sehr schnell oder sehr einfach übersehen kann, wie gesagt. Darum schaut hier in die Liste. Da hättet ihr es auf jeden Fall entdeckt. Bootshaus haben wir jetzt auch. Hier sind es drei Stück. Dann geht ihr hier die ganzen Flügel mal durch. Und insgesamt kommt ihr dann auf 33. Ja, und wie gesagt, die müssen alle grün hinterlegt sein. Ansonsten fehlen sie euch. Dann müsst ihr sie eben noch nachholen. Ja, dann setzt einfach einen Wegpunkt auf den farblosen, grau hinterlegten Flohrflammen. Und dann, wie wir es eben in der Folge eben auch gemacht haben, könnt ihr sie wieder einsammeln. Auf der Weltkarte gibt es übrigens insgesamt 47. Ja, mein Tipp ist hier recht weit raus zu zoomen und dann nur so weit rein zu zoomen, bis ihr die Flohrflammen seht, damit ihr eben die ganzen anderen nervenden Symbole nicht seht. Und dann könnt ihr hier mal durchzählen. Ihr müsst insgesamt auf 47 kommen, ja. Und für die, die es abgleichen wollen, denen vielleicht irgendwo eine fehlt, die sind zwar kaum zu übersehen, wie ich finde, auf der Weltkarte, aber gehe ich hier das Ganze einmal so ein bisschen durch für euch. Ihr könnt ja jederzeit pausieren. Ganz wichtig ist eben immer diesen Versteckten hier, ne, hinter anderen Symbolen, also hinter diesen Ortsnamen, wie Aronshire zum Beispiel, ja. Schaut, dass ihr die nicht verpasst. Hier müsst ihr, wie gesagt, insgesamt auf 47 kommen, auf der ganzen Weltkarte. Hier, genauso wie hier sind die Versteckten, ja. Und dann, wie gesagt, gehe ich hier einmal für euch durch, falls euch da noch was fehlt. Oder falls ihr es abgleichen wollt, falls hier vielleicht die eine Flamme fehlt euch und ihr findet sie nicht, könnt ihr es hier so mit meinen Daten abgleichen. Ihr seid insgesamt 47 auf der Weltkarte, 3 in Hogsmeade und insgesamt 33 gibt es in Hogwarts. Damit beende ich dann auch diese Folge, Leute. Wenn euch das Ganze gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Ich bedanke mich fürs Zusehen und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis zum nächsten Mal.